Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Am Samstag steht für Schalke das nächste Testspiel auf dem Programm und drumherum wird natürlich viel geplant für eine bessere Zukunft. Case von Wonderen ist seit Sonntag unser Trainer und will auch auf Anib einige Dinge verändern, unter anderem auch mit Norbert Elgert. Zudem gucken wir heute mal ganz genau auf Ralf Fährmann, denn dort gab es ja gestern ein Interview bei der Sportbild, wo viele dann so ein bisschen gedacht haben, sind die Aussagen alle so verständlich oder auch nicht, denn er möchte weiterhin bei Schalke bleiben. Zudem gibt es auch nochmal Neuigkeiten zu unserer Trainersuche. Es gab drei auch weitere ernsthafte Kandidaten, neben eben dann Case von Wonderen, über die man jetzt nochmal im Nachhinein sprechen kann. Finde ich ganz interessant und natürlich geht es auch jetzt erst recht los mit unserer Suche nach einem neuen Sportdirektoren. Da gibt es aktuell noch keinen ernsthaften Kandidaten, auch noch kein so klares Anforderungsprofil. Vielleicht wird es auch gar keinen so richtigen Sportdirektor mehr geben. Das und mehr sind also heute unsere Themen. Wir gehen rein in die aktuellen S04 News. Starten wir erstmal mit der neuesten Neuigkeit, was auch dann natürlich Schalkes Zukunft betrifft und das ist die Suche nach einem neuen Sportdirektor. Denn es war ja so, dass durch das Ende von Karel Gerrerts auch jedem auf Schalke zumindest mal klar war, okay, Marc Wilmots muss mitgeben. Marc Wilmots wurde ja im letzten Januar als neuer Sportdirektor verpflichtet. Damals waren schon viele kritische Stimmen mit dabei. Ich selber hatte ja auch schon da gesagt, mein Gefühl ist eher, dass er so ein bisschen auch für den Vordergrund geholt wurde, um vielleicht über andere Themen ja nicht diskutieren zu müssen, wie Matthias Tillmann als neuer CEO und kein Sportforscher mehr und so weiter und so fort. Und am Ende hat es auch erst recht durch Ben Manga auch dann nicht mehr gepasst. Marc Wilmots hat an Bedeutung verloren. Er hat sich dann noch demonstrativ vor Karel Gerrerts gestellt, hat auch einige kommunikative Alleingänge gemacht und deswegen hat es eben keinen Sinn mehr ergeben. Und trotzdem war natürlich auch so ein bisschen die große Frage, was hat Marc Wilmots am Ende eigentlich noch machen können und braucht es diese Rolle des Sportdirektors noch? Genau, deswegen hatte ja Schalke auch es so gemacht, dass man keine Eile hatte, einen neuen Sportdirektor zu verpflichten. Denn die Rolle, sprich die genaue Aufgabenverteilung ist auch noch gar nicht klar. Denn Priorität hatte eindeutig die Suche nach einem neuen Trainer. Interessant ist, dass laut dem Kicker auch Case von Wonderen ein Mitspracherecht erhalten soll, wenn es eben jetzt darum geht, eine Nachfolge für Marc Wilmots zu bestimmen. Aber wie gesagt, es ist noch gar nicht klar, in welcher Rolle sich der neue starke Mann und überhaupt Winner finden wird. Denn ob es dann auch ein Sportdirektor wird, sprich der rein von der Hierarchie auf eine Ebene mit Ben Manga ist als Direktor oder vielleicht sogar eine Ebene darunter, das ist völlig offen, denn Schalke ist jetzt erst dabei, das Anforderungsprofil zu erstellen. Das heißt, jetzt geht auch erst so richtig die Suche los nach einem neuen Sportdirektor. Und natürlich möchte man hier auch eine Lösung finden. Also das ist auch Schalkes klares Ziel. Man möchte einen neuen Mann eben auch dann in den sportlichen Bereich hinzuholen. Und das hat eben auch Matthias Tillmann noch einmal gesagt. Die Aufgabenverteilung, die ist eben noch nicht klar. Aber es ist klar, dass man eine Person in der sportlichen Führung dazu nehmen möchte. Ob das dann ein Partner für Ben Manga sein wird oder ein ihm Untergestellter sozusagen rein von der Hierarchie, das ist auf jeden Fall noch nicht klar. Und bei der WATS hat Matthias Tillmann das auch nochmal etwas genauer erklärt. Wir haben gesagt, dass wir erst die Trainersuche abschließen. Der Trainer ist die wichtigste Person im Profileistungszentrum und ihn haben wir jetzt. Wir werden uns nun zusammensetzen und überlegen, ob wir die Position 1 zu 1 nachbesetzen oder ob wir etwas ändern. Und deswegen darf eben auch vom Wunderer mitreden. Aber auch nicht mehr, nicht weniger. Case weiß sehr klar, was er will, wie er sich sein Profileistungszentrum vorstellt. Und natürlich ist aber auch logisch, der Vorschlag wird am Ende auch entscheiden, welcher Kandidat ihm auch dann passen könnte. Es ist auf jeden Fall so, dass natürlich Ben Manga als Direktor Kaderplanung unantastbar ist. Das ist und bleibt so. Es könnte auch durchaus sein, dass man vielleicht jemanden holt, den Ben Manga bereits kennt. Es kann aber auch sein, dass man, ähnlich wie bei Mark Wilmots, eher einen ehemaligen Schalker hinzuholen möchte. Ist am Ende natürlich auch einfach die Frage, was du möchtest und was du brauchst. Denn prinzipiell wird ja schon noch eher ein Gesicht gesucht, welches auch dann die sportliche Leitung nach außen vertreten kann. Denn sowohl Ben Manga als auch zum Beispiel Rafael Tonello sind auch durchaus dazu bereit, Interviews zu geben oder auch mit der Presse zu sprechen. Aber sie drängen eben nicht in die erste Reihe, was ich auch gut so finde. Man hat ja auch gesehen bei Ben Manga, was dann vielleicht mal passiert, wenn er eine öffentliche Aussage tätigt vor ein paar Wochen in der Länderspielpause, was überhaupt nicht vonnöten gewesen ist. Deswegen würde ich mir schon noch jemanden wünschen, der vielleicht noch vorne weggeht. Aber die Aufgabenverteilung ist eben noch unklar. Das könnte dann zumindest oder das könnte auch daneben bei noch die tägliche Anwesenheit beim Training sein. Laut der Watz, vielleicht hat er regelmäßige Austausch zu dem Cheftrainer die Verantwortung für den Performance-Bereich, Kontakt zu dem Partnerverein. Also das können allesamt weitere Aufgaben sein, vielleicht aber auch nicht. Und deswegen ist es vielleicht auch irgendwo logisch, dass für Schalke die Suche jetzt erst so richtig beginnt, weil eben das Anforderungsprofil zuvor gar nicht klar gewesen ist. Ich bin sehr gespannt, wie lange die Suche dauert. Ich gehe nicht davon aus, dass wir in den nächsten Wochen dort ein neues präsentieren werden. An Christoph Verscheuch zum Beispiel, der gehandelt worden ist, da war laut der Watz auch nie irgendetwas dran. Und deswegen geht es eben jetzt erst am Anfang so richtig los mit der klaren Profilzuteilung und dann auch erst mit der Suche nach einem neuen Sportdirektor. Oder eben auch kein Sportdirektor, vielleicht heißt er am Ende auch ganz anders. Und weil man eben die Trainersuche abschließen konnte, geht es eben jetzt natürlich ganz klar darum, einen neuen Sportdirektor zu finden. Aber die Trainersuche war ja auch durchaus eine, in der man nicht so wirklich was mitbekommen hat. Klar, es gab dieses lose Gerücht um Raoul. Viele haben davon geträumt, das zu bekommen. Schalke hat wohl auch leicht angefragt, aber es war eigentlich schon klar, dass er das nicht machen möchte. Und am Ende hat man sich ja für den eher unbekannteren Case von Wunderern entschieden. Interessant ist, dass es aber auch andere Kandidaten gab, was ja auch logisch ist, mit denen sich Schalke auseinandergesetzt hat. Denn laut Ben Manga war es ja auch so, dass man drei Kandidaten hatte, die alle Kriterien erfüllt haben. Und von den beiden dann Case von Wunderern derjenige, der als Favorit hervorgegangen ist. Und laut der BILD hat sich Schalke auch noch nebenbei mit folgenden Trainern beschäftigt. Da wäre zum einen René Weiler, der aus der Schweiz stammt und den sicherlich viele von euch ja noch kennen vom RSFC Nürnberg. Er wurde unter anderem mit Annerlecht belgischer Meister und ist eben aktuell bei Servet in Genf Sportdirektor. Und Schalke hat wohl Signale erhalten, dass er dazu bereit wäre, den Sportdirektorenposten dort wieder aufzugeben, um als Trainer für Schalke zu arbeiten. Aber als eben dann Ben Manga und Matthias Tillmann angefragt haben, hat er wiederum abgelehnt. Ein Name, der mir persönlich wenig bis gar nichts sagt, ist Seiko Sopic aus Kroatien, müsste das sein. Er ist 50 Jahre alt und war wohl auch ein Kandidat für den S04. Denn er hat vor allem wohl das Interesse geweckt, weil er junge Spieler weiterentwickeln kann. Da ist zum Beispiel das Beispiel der BILD von Franjo Ivanovic, der vor einem Jahr ablosefrei von Augsburg 2 nach Rijeka gewechselt ist, wo eben der Kroatische Vortrainer war und in diesem Sommer für satte 4 Millionen Euro nach Belgien gewechselt ist. Und somit hätte er schon auch ins Beutelschirma gepasst. Aber das Gesamtpaket bei Van Wonderen war überzeugender. Und ein Name, über den hatten wir ja sogar diskutiert, das war Heiner Backhaus, der sich auch dann laut zum Beispiel Fußball.News aber wohl sogar eher oder selbst ins Spiel gebracht hat. Und er ist natürlich bekennender Schalke-Fan, er hat sogar ein Schalke-Tattoo auf dem Arm, er hat Alemannia Aachen zurückgeführt in die dritte Liga. Und trotzdem war da wohl gar nicht mal so viel dran. Denn als es eben dann diese Gerüchte so ein bisschen gab im Losen, da soll es wiederum von der Trainerseite selber eine informelle Anfrage gegeben haben. Also der Trainer hat Schalke gefragt, ob dort eine Möglichkeit besteht. Und da gab es eben die Antwort der Bosse, dass man aktuell keinen Coach aus der dritten Liga präsentieren könne. Ob das dann tatsächlich so war, ist nochmal eine andere Frage. Aber es ist auf jeden Fall so, dass es auch zahlreiche Anfragen gab. Also Schalke hat knapp 50 Bewerbungen bekommen, laut der BILD an neuen Trainermöglichkeiten. Und ja, natürlich ist aber auch klar, dass vielleicht jetzt auch nicht jeder davon Schalkes Favorit selbst gewesen ist. Also natürlich waren da sicherlich auch viele Kandidaten dabei, die Schalke selber gar nicht haben wollte. Aber es war auf jeden Fall so, dass man sich schon noch mit zwei, drei Namen parallel zu Kays Wanderern beschäftigt hat. Und da kann ich nur zu sagen, das ist logisch, das ist legitim, das wurde ja auch schon gesagt, dass man drei Kandidaten am Ende hatte, die nahezu alles erfüllt haben. Ich denke mal, René Weiler wäre von denjenigen jetzt auf jeden Fall schon irgendwo auch interessant gewesen. Aber ich kann auf jeden Fall auch durchaus damit zufrieden sein, dass man Kays von Wanderern geholt hat, ohne dass ich ihn auch weiterhin kenne. Ich bin durchaus bereit dazu, ihm auch jetzt die Chance zu geben. Und ja, nebenbei hat man sich eben dann möglicherweise unter anderem mit diesen Trainern beschäftigt. Und damit ist ihm jetzt Kays von Wanderern derjenige, der im Profileistungszentrum das Sagen hat. Und er möchte wohl auch einige Dinge anders machen als sein Vorgänger mit Karel Gerrerts. Denn es gab natürlich schon auch interne Baustellen, die einfach da waren. Und genau diese möchte Kays von Wanderern unbedingt vermeiden, mit denen eben Karel Gerrerts sofort zu kämpfen hatte. Zum Beispiel hat er sich auch bereits an seinem ersten Arbeitstag mit vielen Mitarbeitern zusammengesetzt, unter anderem auch mit Jakob Fimpel. Denn für ihn war es sehr, sehr wichtig, Gespräche zu führen, den gesamten Verein auch dann kennenzulernen und alle Mitarbeiter mit einzubeziehen. Denn auch ein Gespräch mit Norbert Elgert möchte unser neuer Trainer so schnell wie möglich und unbedingt führen. Karel Gerrerts hat das ja damals eher abgelehnt. In dem Sinne, er hat gesagt, es geht jetzt erstmal nur um den Profibereich. Das ist das, was zählt. War damals irgendwo auch verständlich. Wurde vielleicht auch von allen Beteiligten ein Ticken zu viel draus gemacht. Aber von Wanderern möchte auf jeden Fall jetzt auch sehr, sehr gerne Norbert Elgert kennenlernen und die Abläufe mit ihm besprechen. Finde ich auch auf jeden Fall gut, weil es natürlich jetzt auch zu diesem neuen Weg erst recht passt. Das U19, U23 und auch das A-Team logischerweise sehr gut und viel miteinander zusammenarbeiten. Und deswegen müssen auch dort Gespräche geführt werden. Aber natürlich ist auch das vielleicht erstmal ein kleineres Thema. Und trotzdem finde ich es gut, dass Case von Wanderern dort auch, wenn man das sagen möchte, hinterher ist. Dass auch dann solche Gespräche geführt werden. Denn Norbert Elgert ist und bleibt ein wichtiger Faktor bei uns in der Knappenspiele. Klar, auch er ist natürlich einer, der vielleicht teilweise mal dicken zu vorsichtig ist und seine Tannette zu lange bei sich halten möchte. Und trotzdem natürlich ein wichtiger Part für Schalkes Jugendarbeit. Und da finde ich es auf jeden Fall schon mal gut, dass Case von Wanderern diesen Eindruck anscheinend auch hat. Und dann gab es ja gestern noch ein Thema, was für viele Diskussionen auch bei uns Fans gesorgt hat. Und das ist ein Interview von Ralf Fährmann bei der Sportbild. Ralf Fährmann war ja jahrelang bei uns ein Leistungsreger. Er war Publikumsliebling. Ich finde schon, dass man das auch so klar sagen kann. Und ja, dann gab es aber die Degradierung am Saisonende. Ich finde es immer noch irgendwie so ein bisschen komisch, dass man diesen klaren Cut gezogen hat. Weil irgendwo ist doch gar nicht so viel vorgefallen in der letzten Saison. Also war zumindest mein Eindruck. Klar, es gab die Diskussion mit seinem Berater rund um Marius Müller und warum er jetzt auch einmal spielt und nicht Ralf Fährmann. Aber im letzten halben Jahr hatte ich zumindest den Eindruck, dass gar nicht mal irgendwie so viel Schlimmes passiert ist. Also anders wie zum Beispiel bei Dominik Drexler, wo ja zumindest mal es lose Gründe gab, warum Schalke diese Entscheidung getroffen hat. Aber bei Fährmann gab es eben dann auch diese grundsätzliche Entscheidung. Okay, er ist kein Teil mehr vom Profikader und deswegen trainiert er aktuell nur bei der U23. Und trotzdem möchte Fährmann auf jeden Fall seine Karriere noch nicht beenden. Ich bin noch topfit und kann sicher noch auf gutem Niveau spielen. Soll es eine interessante Aufgabe sein, werde ich weitermachen, hat Fährmann bei der BILD klargemacht. Es gab ja wohl auch im Sommer Gerüchte und auch vielleicht konkrete Anfragen. Unter anderem wollte ihn ja wohl auch ein Zweitligist haben. Aber es war eben nicht so, dass das für Fährmann von Interesse war, logischerweise auch nicht finanziell. Und generell war es eben auch für ihn nicht ganz so einfach, diese Degradierung zu akzeptieren, weil eben auch Schalke sein Herzensfein ist. Ich habe das so wenig wie möglich an mich herangelassen und versucht durch Training Halt und Selbstbewusstsein zu bekommen. Als Torwart bist du ohnehin gewohnt, Dinge mit dir selbst auszumachen. Und auch wenn es eben diese Degradierung gab, auch wenn es Anfragen gab von anderen Vereinen, kam für Fährmann ein Abschied nicht in Frage, weil er eben natürlich auch weiß, rein finanziell gesehen wird er einen solchen Vertrag wie bei Schalke nicht mehr bekommen. Und das hat er dann auch hier im Interview klipp und klar deutlich gemacht. Ich habe mir alles hart erarbeitet, habe gekämpft und gelitten. Diesen Vertrag habe ich mir verdient. So einfach ist das. Und Fährmanns Vertrag läuft ja auch noch bis zum Ende der Saison. Und er ist ja wohl auch einer unserer Topverdiener. Und natürlich kann man jetzt vielleicht genau dieser Aussage sehr kritisch sehen, dass Fährmann das vielleicht so sieht. Ich persönlich finde aber, dass Ralf Fährmann damit vollkommen recht hat. Denn er hat diesen Vertrag mit dem wahrscheinlichen Jahresgehalt von 1,5, 1 Million Euro nicht bekommen, weil er Glück gehabt hat. Nein, er hat diesen Vertrag bekommen, weil er über Jahre hinweg ein sehr wichtiger Rückhalt für unsere Mannschaft war. Und ich finde, dass man auch in dem Zusammenhang zu schnell vergisst, was er für Schalke geleistet hat. Natürlich kann man darüber diskutieren, dass jetzt durch solche Aussagen und auch generell vielleicht durch sein Verhalten, was aber auch schon zu negativ klingt, finde ich, er vielleicht seinen Status selber auch kaputt macht. Also klar, auch Schalke hat seinen Status irgendwo kaputt gemacht oder die Verantwortlichen haben vielleicht seinen Status irgendwo kaputt gemacht. Weil ich hätte mir schon sehr gut vorstellen können, dass man Fährmann auch nach seiner aktiven Karriere eingebunden hätte. Das ist, glaube ich, für die nächsten Jahre erstmal nicht realistisch, weil er natürlich auch in Recklinghausen sesshaft geworden ist. Deswegen finde ich das unglaublich schade, wie alles so gelaufen ist. Aber was mich auch einfach noch zu schnell vergessen wird, vor nichtmals anderthalb Jahren, sprich in der Rückrunde der Bundesliga-Saison, war Ralf Fährmann mit unser wichtigster Faktor. Also viele, und da bin ich auch mit dabei, sagen, hätte Fährmann vielleicht von Beginn an gespielt mit den Leistungen der Rückrunde statt Alexander Schwolo, wären wir möglicherweise in der Bundesliga geblieben. Also klar, war auch da nicht alles perfekt und er hat auch einige Spiele verletzungsbedingt verpasst. Aber es ist nichtmals anderthalb Jahre her, dass Ralf Fährmann für uns auch ein Top-Keeper war. Und deswegen hat er sich diesen Vertrag auch ganz klar verdient. Es war ja so, dass seit 2018 unser Kapitän geworden ist, damals in den Champions-League-Zeiten. Er hat dann nach dem Abstieg gesagt, ich bleibe hier. Sein Vertrag, der dann, glaube ich, noch zwei Jahre lief, wurde eben gestreckt auf vier Jahre bis 2025. Er hat eben dann zwei Jahre kein Gehalt bekommen, wenn man das so sagen möchte, weil er dann halt eben gestreckt worden ist. Und natürlich war das dann damals eine gute Sache für alle Beteiligten. Aber diesen Vertrag hat er sich somit auch verdient. Und deswegen finde ich es vollkommen legitim, diesen auch auszusitzen. Natürlich macht man sich damit nicht beliebt. Und vielleicht ist es auch dann etwas, was vielen negativ aufstößt. Aber ganz im Ernst, ich finde es vollkommen verständlich, dass Ralf Fährmann das so macht. Und er selber hat sich auch nochmal dazu geäußert, dass eben Schalke diesen krassen Absturz, den er auch mit mir erlebt hat, vom Champions-League-Teilnehmer zum wackeligen Zweitligisten erlebt hat. Und da hat er Folgendes zu gesagt. Das ist brutal schwer. Mit Schalke im Benabeu zu spielen und nur ein paar Jahre später in der zweiten Liga ranzumüssen, das muss man in einem Kopf erstmal verarbeiten. Ich habe mich oft gefragt, wie es soweit kommen konnte. Eine einfache Antwort darauf gibt es nicht. Und deswegen liegt es für Femmer noch nicht daran, einfach nur so zu sagen, dass die Kabine die Trainer fressen würde. Das ist ein sehr einfacher Ansatz. In den letzten Jahren hatten wir eine hohe Fluktuation an Trainern. Und jeder hatte seinen eigenen Ansatz. So fehlt ein Automatismus und es sieht dann auf der Tribüne so aus, als würden die Spieler nicht liefern. Aber laut Fährmann würde jeder einzelne Spieler auch erst recht vor eben dann 60.000 Zuschauern wirklich sein Bestes geben. Und wenn es eben dann nicht funktioniert, dann lagen es eben nicht nur an den Spielern selbst. Also schon noch irgendwo ein spannendes Interview. Fährmann hat auch noch über deutlich andere Themen gesprochen. Ich wollte aber jetzt die Kernthemen natürlich rausnehmen, die für hier und für Schalke aktuell relevant sind. Und noch einmal, ich kann ihn dahingehend auf jeden Fall verstehen und finde es schade, wie ihm die ganze Geschichte jetzt zu Ende geht. Wir haben dann noch mal ein kleines Thema mit dabei, mit ein paar Fan-Infos, die Schalke jetzt auch öffentlich gemacht hat, die ich noch mal kurz hier mit reinnehmen wollte. Denn am Samstag steht ja ein Testspiel für Schalke auf dem Programm gegen unseren Partnerverein, den FC Aarau. Viele haben gefragt, wie zu übertragen, wenn ja, wo und wann ist eigentlich Anstoß. Und das Duell mit den Schweizer Zweitligisten ist natürlich auch dann die Premiere von unserem neuen Trainer, Case van Wonderen. Anpfiff ist im Stadion Brückliefeld, also in der Schweiz beim FC Aarau um 17 Uhr. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, das Spiel live zu verfolgen. Zum einen wird es von Sky übertragen, die auch unser Content-Partner sind, könnte man sagen, aber natürlich auch auf unserem offiziellen YouTube-Kanal. Also auch dort können die Fans also alle das ganze Spiel verfolgen. Und dann gibt es noch zwei kleine Ticket-Informationen. Zum einen zum Ausstieg im Hamburg-SV. Das ist ja am 23. November samstags abends um 20.30 Uhr. Ab sofort können dafür wir Schalke-Fans-Tickets anfragen für den Auswärtsblock. Es gibt drei Sitzplatz-Kategorien in Sachen Preisstufe. Einmal für 53,90 Euro, für 42,90 Euro und für 38,50 Euro. Stehenplatztickets wiederum kosten 19,80 Euro. Und die Anfrage ist bis zum Montag, 21. Oktober um 12.04 Uhr geöffnet. Und Rest-Tickets gibt es auch nochmal für unser Heimspiel, den Spieltag davor. Dazwischen ist natürlich mal wieder eine Nährungspielpause am 10. November gegen Jan Regensburg. Da sind einige Tickets zurückgekommen rund um den Auswärtsblock. Und wenn ihr schnell seid, dann könnt ihr dort auch nochmal ein paar Karten bekommen. Und somit sind das also heute unsere S04-Themen gewesen. Und ihr könnt jetzt mal sehr, sehr gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr denn die Fährmann-Aussagen verständlich findet oder ob ihr denkt, dass das vielleicht komplett falsche Worte sind. Zudem natürlich mal gerne eure Meinung zu allen anderen Themen in die Kommentare. Dann sehen wir uns hier im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker.